Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Ah, Leinwandkrabbler. Masse posierenden Fell, wie geht's zum Malen? Feuer, letzter Ausweg. Mhm. Na halt. Ich spiele nie wieder ein Horrorspiel. Ne, da geh ich nicht hin. Ich seh ja nix. Ich seh ja gar nix. Ich muss da lang. Okay, dann geh ich da lang. Hallo? Hallo? Hallo, Glut. Hallo, Glut. Hallo, Terra. Keine Ahnung, was das ist. Ich will's gar nix sehen. Ach, gucke an. Ach, wie toll. Hallo? Hallo? Na ja. Was ist das wieder komisches? Ich guck erstmal, ob's hier was gibt. Hallo? Hallo? Oh, ich hab ne Kurbel bekommen. Warum auch immer. Hallo? Hallo, Prinzessin. Was? Oh. 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 Dann ist es nicht mehr, ähm, dass es nicht mehr gut, dass er ein Kind, äh, großzieht. Ziehen kann, muss. Ich glaub, das tut nicht gut. Hm, hm. Du, was hab ich die komische Kurbel mit? Wenn er da sein Alkohol wichtiger ist als das Kind? Alter. Geht der Schatz mit? Wäääh! Alter! Leider dranwursen! Öhm, du, 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 du. Kann man den irgendwie entkommen da, den Vier, oder muss das so sein? Hallo. Hallo. Das war doch viel kranker Kack hier. Ein bisschen Schmerz reicht weit. Hm. Und jetzt. Schmerz. Alter was ist das hier? Schnell. Eine Folterkammer oder was? Hallo? Oh, 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 oh. Okay, jetzt trete er durch. Okay, jetzt trete er durch. Wieso? Ist doch ein Brief, oder nicht? Okay. 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 So, komisch. Alles verrückt. Okay. 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 Weilen doch gut. Geht... Was ist das? 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 Was ist das?